Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 27.700 US-Dollar. Leichte Korrektur im Gegensatz zu gestern, aber wirklich viel ist nicht passiert. Long-Position läuft weiter, Short-Position noch nicht wirklich getriggert. Darauf warte ich immer noch so ein bisschen. Wir haben jetzt Dienstag, volumentechnisch sollte heute vielleicht endlich mal ein bisschen mehr Bewegung reinkommen, auch weil vielleicht die europäischen bzw. die deutschen Märkte jetzt auch mal wieder ein bisschen starten. Schauen wir mal, was auf uns zukommt. Aber ansonsten, wie gesagt, warten wir jetzt erstmal so ein bisschen ab. Newstechnisch heute auch wieder recht dünn besiedelt. Morgen dann der Entscheid wegen der Schuldenobergrenze. Das könnte dann auch nochmal mit dazukommen. Also warten wir erstmal ab. Aber bevor wir jetzt starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoinen, wenn es dann hier mal laden würde am PC. Aber kommt da auf jeden Fall gerne rein, wenn ihr Bock habt auf Updates, News etc. pp. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Sorry, lädt gerade nicht. Aber egal, ihr wisst Bescheid. Kommt da gerne rein. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. 27.700 US-Dollar traden wir momentan. Wir hatten gestern unseren WIC in die Region von 28.450. An dem Feiertag bzw. in der Nacht zum Feiertag haben somit das Golden Pocket diese Abwärtsbewegung erst einmal gehittet. Von dort an ging es dann erstmal ein bisschen runter. Aber das haben wir ja im Endeffekt auch gestern so gesagt, dass so ein kleiner Downgrade jetzt mal nicht wirklich schlecht wird. Der RSI hat sich nicht so wirklich erholt. Ist weiterhin so im 60er-Bereich, also kratzt so nah am überkauften Bereich hier. Also da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Volumentechnisch geht es hier schon wieder bergab. Und wenn wir uns jetzt mal so die letzten 4-Stunden-Candles angucken, so wirklich viel Volumen jetzt. Da gab es hier drüben ein bisschen mehr Volumen. Und auch hier so in der Seitwärtsphase teilweise mal ein bisschen mehr Volumen. Also da muss man immer noch so ein bisschen aufpassen, wie wir hier jetzt weiter vorgehen. Also Long-Position bleibt so weiterhin der Plan eher hier unten die 27.2 anzuvisieren. Wenn wir uns jetzt mal das FIP-Level ziehen, was ich jetzt gleich mal machen werde. Von, wie gesagt, von dieser gesamten Aufwärtsbewegung, die wir jetzt hatten die letzten Tage, wäre hier das 05er-FIP-Level. Einerseits so eine kleine 4-Stunden-Demand-Zone, die jetzt aber nicht so wirklich viel Unterstützung bieten sollte, weil der Impuls danach jetzt nicht wirklich herausragend war. Trotzdem können so ein kleines Zwischenziel sein. Und natürlich das 05er-FIP-Level, wo wir auch die letzten Wochen immer wieder drüber gesprochen haben, dass das öfters angelaufen wurde als das Golden Pocket. Also da müssen wir auch so ein bisschen das im Hinterkopf behalten. Und dann eben das Golden Pocket bei den 26.850. Was dann wiederum zu unserem CME-Gap bei den 26.900. Ich glaube, ich habe es letzte Woche 26.000, gestern gesagt 26.700. Ne, liegt anscheinend bei 26.950. Auch das ist in der Telegram-Gruppe angepinnt, damit ihr da immer auf jeden Fall Bescheid wisst. Das ist jetzt auch, wie gesagt, erstmal so ein bisschen der Plan, dass wir noch so ein bisschen, möglicherweise noch ein bisschen runtergehen, zumindest bis zum 05er. Und dann hier zumindest mal das Doppeltop anlaufen. Das heißt, die 28.400, 28.500 ist weiterhin so ein bisschen die Crunch-Zone. Kommen wir darüber, haben wir das Golden Pocket Nummer 1 schon mal ein bisschen überwunden. Nummer 2 wäre dann im Endeffekt, wenn wir die gesamte Bewegung jetzt nach unten hin mitnehmen, bei ungefähr 29 bis 29.3. Das wäre dann der nächste Step. Sollte die Kraft hier wirklich ausreichen. Aber momentan, der Hügel hier sieht auf dem 4-Stunden-Shart nicht wirklich gut aus, was das Volumen anbelangt. Deswegen wäre es eigentlich besser, wir gehen nochmal tiefer, holen uns das CME-Gap, holen uns ein bisschen frische Liquidität, vielleicht noch heute, vielleicht morgen im Laufe des Tages, um dann, sage ich mal, mit neuer und frischer Liquidität vielleicht die 29.300 US-Dollar anzulaufen. Die 30 ist ein bisschen schwer jetzt momentan, finde ich, zu erreichen, weil da echt noch zu viel Widerstände, zu viel Ineffizienzen auf dem Weg liegen. Also mit 30 gehe ich jetzt momentan nach jetzigen Standen auch nicht wirklich mit. Aber die 29 bis 29.3 sind so ein Ding, wo ich sagen würde, okay, da können wir auf jeden Fall hingehen, wenn Bitcoin es will. Gehen wir mal in die kleineren Zeitanheiten, 1-Stunden-Timeframe, da haben wir gestern auch schon genügend drüber gesprochen. Volumentechnisch im 1-Stunden-Shart sieht das deutlich, deutlich besser aus, diese Spikes. Schön höhere Hochs gebildet, auch die Abverkaufsliquidität hier deutlich ersichtlich mit dem Wig nach unten. Jetzt, wie gesagt, ging es ordentlich erstmal ein bisschen nach unten. Wir haben kein höheres Hoch hier jetzt wieder reinbekommen, das heißt, die Abwärtsbewegung sollte auch noch nicht wirklich abgeschlossen sein. Und wenn wir uns das hier jetzt angucken, wo genau eben der Pump begonnen hat, ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir eben hier die 27.3 bis 27.2 hier nochmal anlaufen. Einerseits wegen dieser ehemaligen Range, wenn wir hier das so ein bisschen mal in Betracht ziehen, dass wir hier immer so ein bisschen Probleme hatten. Andererseits wegen dieser kleinen Konsolidierung, wegen der 4-Stunden-Demand und des 0,5. Also das ist die Range, wo ich mich jetzt erstmal auf einen neuen Log nochmal vorbereite. Einer läuft noch, da sind aber schon die Profite größtenteils genommen. Deswegen warte ich jetzt dann, ob ich hier unten entweder verdoppel oder einfach nochmal eine neue Position dann aufmache. Also 27.2 im Laufe des Tages, nicht wirklich unwahrscheinlich, um dann zu sehen, okay, kriegen wir genügend Liquidität rein, um hier, sag ich mal, das Golden Pocket nach oben hin, die 29.000 US-Dollar zu treffen. Erster Step, wie gesagt, den Wick hier oben, die 28.4. Wenn wir das brechen, sind die 29k oder sollten die 29k erst einmal kein Problem sein. Gut, dann rüber zu Ethereum. Das war der Plan von gestern, der steht auch meines Erachtens nach weiterhin. Hier mal ganz kurz das Fit-Level dazuziehen von, hoch, das wollte ich nicht, von unserem kurzfristigen Hoch bis zu unserer Korrektur. Golden Pocket getestet, 0,786er knapp verfehlt, zurückgewiesen. Also auch hier erstmal so eine kleine Gegenkorrektur. Deswegen bleibt erstmal der Fahrplan für mich, dass wir hier nochmal runtergehen sollten. Zumindest, wenn wir uns jetzt mal hier die Spikes angucken, die 1.859, da gehen wir mal noch ein bisschen höher nach jetzigem Stand. Und ihr seht schon hier unten so eine leichte Andeutung vom Setup mit den 1,8% Risk. Ist alles noch vorläufig, das ist so momentan so ein bisschen die Idee, weil wir eben hier in diesem Bereich so die Ineffizienzen noch haben. Und wenn wir die blaue Linie, mal so ein bisschen Vergangenheit, da seht ihr auch, okay, immer wieder so an diesem Bereich rejected worden. Deswegen sind diese 1.859 jetzt nicht gerade unwahrscheinlich. Und volumentechnisch, auch da, wo ist das Volumen reingekommen, genau in diesen Candles. Und die einfach abzuholen, da drunter werden eine Menge Stop Losses liegen. Deswegen so die Zielmarke 1.859 bis ungefähr 1.848, wo ich dann potenziell in eine Long-Position eingehen würde. Einfach aufgrund der Liquidität. Bin gespannt, wie sich der Markt momentan jetzt entscheidet. Besser wäre es wirklich nochmal so ein bisschen zu entspannen, noch ein bisschen runterzukommen. Auch der RSI hier im 1-Stunden-Time-Film, trotz dieser längeren Seitwärtsphase, nicht wirklich korrigiert. Also da haben wir noch ein bisschen Downside zu erwarten. Bitcoin im Endeffekt das Gleiche, das ist immer ein bisschen niedriger. Aber für mich persönlich wäre es jetzt einfach besser, oder was heißt für mich persönlich, für den Chart an sich, wäre es meines Erachtens auch ein bisschen sinnvoller, wenn wir erst nochmal runtergehen. Zumindest das 0.5er Maximum antesten, also die 1.844, um dann im Endeffekt hier ein höheres Hoch daraus zu bilden aus dieser Bewegung. Ziel ist dann auch im Endeffekt klar, die zweite, erster Step wäre hier oben dann ungefähr die 2.000 Dollar Marke und dann ungefähr die 2.020 Dollar Marke. Aber wie gesagt, das sind alles noch Ziele, die noch ein bisschen weiter sind. Wir müssen da kurzfristig ein bisschen denken. Das wäre jetzt der erste Step und dann gegebenenfalls, dass wir weiter nach oben hin ballern. Wir machen was Übergeordnete weg. Wir können nochmal ganz kurz in den Traders Reality angucken, ob wir da noch irgendwas haben. Das Positive ist, wir sind auf jeden Fall noch im 1-Stunden-Chart in dieser Range, sage ich jetzt einfach mal, die immer wieder getestet wird. Yesterday Low befindet sich noch bei den 1.873 und das Psi High, was noch nicht getestet wurde, also unsere Psi Range, die am Wochenende ja immer gebildet wurde, liegt eben genau hier bei diesen 1.859. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir genau diesen Test eventuell im Laufe des Tages nochmal kriegen und dann, wie eben der Fahrplan ist, nach oben hin durchbrechen. Also ziemlich viel Confluence, die hier bei eben diesem Level von 1.859, 1.860 reinkommt. Schauen wir mal, wie es sich ausgeht und dann wollte ich noch ganz kurz rüber zu Gold gucken, weil wir hier jetzt langsam aber sicher in diesen Bereich kommen, wo ich jetzt langsam Long-Position aufbaue. Ich habe am Wochenende im Wochenausblick schon mal darüber gesprochen, okay, ich würde gerne noch den Montag, Dienstag abwarten und so langsam kommen wir jetzt in diesen Bereich, wo es jetzt interessant wird. Eventuell hier unten dieser Bereich 1.922, 1.930, dort werde ich jetzt langsam einsteigen. Wenn es da irgendwas gibt, werde ich euch aber natürlich in der Telegram-Gruppe auf dem Laufenden halten. Gut, dann war es das erstmal so zur Analyse, das war mir jetzt auch wichtig, mit Gold. Gehen wir noch zu den News rüber, nationale Kryptobörse Russland gibt Pläne auf. Schade eigentlich, schade, 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 aber wer weiß, was da noch kommt. Warten wir mal ein bisschen ab, aber es gibt genug Börsen, wir brauchen nicht noch mehr Börsen. Aber so eine nationale weiß ich auch nicht, ob das so ihren Sinn hat, andererseits ist es dann wieder gescheit reguliert. Keine Ahnung, was sagt ihr dazu, schreibt es unten gerne in die Kommentare rein. Auf jeden Fall war es das von mir, eventuell später noch ein kleines Update. Ich wünsche euch schon mal einen guten Start in die Woche, nachdem gestern Feiertag war. Lasst es euch gut gehen, wir hören uns dann eventuell später wieder ansonsten morgen. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.